In diesem Video möchte ich Ihnen unseren unzerbrechlichen Regenschirm, den wir selbst entwickelt haben, vorstellen und das auch im Vergleich zum anderen Modell. Wenn Sie im Markt sich umschauen, dann finden Sie den Schirm hier, der kostet 139 Euro. Hier sehen Sie unseren, der liegt bei 99. Dann gibt es in der Regel noch ein drittes Modell. Der hier wird für 125 oder 139 Euro angeboten, obwohl der eigentlich nur 99 Euro kosten durfte. Ich kann Ihnen nicht genau erklären warum, da möchte ich Ihnen jetzt kurz unseren Schirm im Vergleich zu den anderen beiden zeigen und Ihnen demonstrieren, dass die Eigenschaften ziemlich gleich sind. Mir war wichtig, einen unzerstörbaren Stab natürlich, dann einen schönen Griff aus Massivholz, der in Deutschland hergestellt wird, eine Edelstahlspitze. Und Sie kennen die Tests. Ich fange mal mit dem anderen Modell an, dass man sich auf den Schirm drauf stellt. Das funktioniert folgendermaßen. Wir legen den hin. Sie sehen, der biegt sich durch. Mehr passiert hier nicht. Jetzt nehmen wir uns den Schirm. Ich kann hier sogar noch weiter auseinander gehen. Das ist aber kein Problem. Nach dem Test muss das Schirm natürlich noch voll funktionsfähig sein. Das sehen Sie aber hier. Der geht also ohne Probleme auf und zu, wenn ich ihn nochmal zumache. So, dann der nächste Test ist natürlich das Schlagen gegen den Zandsack. Ich fange wiederum mit dem anderen Schirm ein. Und da muss der Schirm funktionieren, das tut er natürlich auch. Sie sehen, einen Unterschied zu unserem. Der hat hier Metallrippen. Die habe ich nicht gewählt, weil wenn die mal angeknickt sind, dann ist der Schirm im Eimer. Wir haben ein Fieberglas, das sage ich Ihnen gleich, das ist elastisch und steckt solche Belastungen leichter weg und ist dauerhafter. Das ist wiederum unser Schirm. Und auch nach so einem Test muss er funktionieren. Sie sehen, die Fieberdarstäbe, die leicht elastisch sind, was aber die Langlebigkeit sich erstellt. So, dann nehme ich noch das dritte Modell her. Und 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 dann muss der Schirm nach wie vor funktionieren. Unseren Schirm gibt es in verschiedenen Holz- oder Farbarten. Das sage ich Ihnen jetzt, Sie können bei uns raussuchen zwischen verschiedenen Hölzern oder Farben. Sehen Sie hier. Die Schirm ist in Ordnung. Untertitelung des ZDF, 2020